Können wir das benutzen? Ich benutze das Sicherheitsventil. Aha. Sicherheitskessel. Ich habe hier kein Sicherheitsventil. Das Lagerfeuer prasselte Atmosphäre. Wo ist denn nur Ade? Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuer prasseln gebrannt. Sie muss sie im Feuer gelassen haben. Fällt euch das Krasseln einfach vor. Okay. Sicherheitsventil. Holzscheite. Darauf brauchst du nicht zu wöbeln. Es sind Holzscheite. Vielleicht... Ja, laufe immer drumherum. Du versuchst also, das Ventil mit dem viel zu großen Holzscheit zu verstopfen. Mach mal einen Wurf auf Geschichtlichkeit. Nein. Schade. Ähm... Lagerfeuer. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Aha. Beschafft. Die Scheite lagen im Feuer. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Aha. Okay. Sir Drogelot. Kugel. Wir haben seine Kugel. Vielleicht können wir die jetzt hier... ...mit dem Sicherheitskessel... ...in dem Ventil nutzen. Gut. Die Kugel steckte. Aber das ist sehr gut. Was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenhargonie bestimmt nicht zu trefflich. Ohne dich drängen zu wollen. Vielleicht ist jetzt doch eine geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Runge vorgehst, geniegt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Sehr schön. Oh. Das ist doch... Zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Krieg! Das... Das... Horn! Oh. Dieser Ton... ...muss... ...Ruhe... ...bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Oh. Bei diesem Lärm kann man halt gar nicht... ...ein Wanderer habe. Komm zu Rallion! Zu den Waffen! Wer hätte es gedacht? Oh. Ähm. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entspannt stürmte die Gruppe auf das Schlachtrecht. Allen voran Nillegrim. Die Wut entbrannt ihr Berserker-Schwertkreis. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Rot, Mutigur Koboldköpfe manchmal... ...sind... ...geschlachtet. ...reinlaufzulassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilli. Arme Törichte Lilli. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Oh je. Als die rosa-roten Fluten verschwemmt waren, bot sich unseren Heldern ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an! Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Hm? Du bist und bleibst ein Scherzkeksschnippel. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Lillegrim, was ist denn los mit ihr? Genossen. Oh wei. Unbequemen Erinnerungen. Unbequemen Erinnerungen. Das sind so nachquemen Erinnerungen. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lilli hatte die Wahrheit gesehen. Oh wei. Wollt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging? Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Oh. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Schaut nicht zu. Kleines Mädchen? Hallo? Willst du nicht mal die Haare halten? Alles klar bei dir? Ich habe mir Sorgen gemacht, weißt du? Ne. Spin ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Okay. Wütend werden Verbot. Schalten wir das mal frei. Wir können jetzt wütend werden. Wütend werden, HB. Tun und lassen, was man will. Das müssen wir jetzt noch freischalten. Dann können wir wahrscheinlich auch alle anderen Verbote auf einmal freischalten. Gut. Und nun? Wozu wollen wir jetzt das wütend werden? Können wir jetzt hier noch einmal wütend werden? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent, wie sich mit seinem Schicksal abfinden? Oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Was hielt sie denn zurück? Sie kann doch schon wütend werden. Hm. Überwachungsraum. Vielleicht können wir sie mal befreien. Hm. Sichtfenster. Was zum... Angst. Ähm. Das war ein bisschen creepy. Äh. Ja. Tschüss Commander. Ach du Scheiße. Der Commander ist jetzt essen gegangen. Bis dann. Äh. Ähm. Ja. Das ist jetzt. Ähm. Äh. Ja. Ähm. Können wir das nochmal hören? Ich stricke für den Doktor. Das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Am, 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 am. Das mache ich mir jetzt ein neues Klingelton. Das wird ein neuer Endguard. Oder so. Ach, schreck. Zum Heizungskinder. Vielleicht können wir dort irgendwie... Zum Dach. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Hm. Hier wahrscheinlich nicht. Zum Heizungskinder. Zum Wartungsraum. Hm. Ja. Vielleicht können wir die Harvey Puppe jetzt benutzen. Aber was soll das? Wo geht? Wo geht? Wo geht? Wo geht? Okay. Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Oh. Hier könnten wir jetzt... Gittertoren. Die Tür war fest verschlossen. Hm. Lilly fand es etwas klischeehaft. Aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreibt's? Hm. Okay, hier kommen wir wohl nicht weiter. Pfeil. Okay, vielleicht können wir mit dem Pfeil hier... ...den Zaun aufmachen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Oh je. Aber man kann das nicht... Genau jetzt zu Peter. Hat er nicht erzählt... Hat er nicht... Ich glaube, das war so... Hat er nicht erzählt, dass er geschickt ist? Und dass er... Sekunde. Ich überprüfe da mal was. Geschicktheit... Peter. Schön. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösserknacken... ...und damit hat es sich. Da... Behalte du ruhig den Charakterboden. Sehr gut. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. So, dann kommen wir doch jetzt. Wir haben... Wir haben Schlösserknacken erhöht. Jetzt lernen wir Schlösser zu knacken. Wo geht? Wo geht? Wo geht? Gut, ähm... Dann können wir doch jetzt... Es klang zwar verrückt... Aber eigentlich hatte sie ja jetzt... Das Talent Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Sie jetzt durch kann. Oh. Das Gitter ist auch offen. Tatsächlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lily den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wieso? Natürlich. Oh. Na, das kommt mir doch herrlich bekannt vor. Porträt. Vielleicht mal abhängen. Porträt von Alfred. Da haben wir ein Geisterkostüm, da haben wir ein Vollknoll, da haben wir ein grünes Kissen, wir haben Harwell. Etnas Zelle. Na, willkommen zurück zu Etna Brechtaus. Wir sind hier im Abstellraum. Wir sind hier in dem obersten Anfangsetage. Phatom. Tastom. Spiegel. Vielleicht irgendwie. Eifupper. Ach, schade. Können wir da eifupper nicht reden? Ach, komm schon. Das ist doch traurig. Lichtschalter. Ach, Mann. Termitenform. haben noch etwas anderes an tomen lass mich in ruhe ich bin ein hoffnungsloser fall ja du hast richtig gehört ich bin rufen doktor marcells geheim gehaltener zweiter sohn alfreds älterer bruder lilly wusste zwar nicht wer alfred war aber sie hielt es trotzdem für angemessen schockiert die luft anzuhalten unsere erziehung sollte perfekt verlaufen vorherrschende methoden schienen paps unzureichend darum begann er eigene zu entwickeln während alfred auf seine praktiken anschlug entwickelte ich verhaltensauffälligkeit ich war ein missraten ist experiment paps war so enttäuscht dass er mich im anstaltskeller einsperrte und vor der außenwelt geheim hielt alfred hingegen präsentiert er als paradebeispiel seiner erziehungs methoden ich hatte nie eine chance mir sein stolz zu verdienen sein alles nur noch schlimmer geworden ich bin nur noch luft für ihn ein geist böser traum die seltsamen umstände von alfreds tod zeigt ihm dass kindlichkeit eine krankheit ist die es auszurotten gilt ich hätte damals sterben sollen könnte ich nur meine bruder noch einmal gegen übertreten ich konnte mich verabschieden wir haben doch ein spinster das ist der kostüm so so Untertitelung des ZDF, 2020